Herzlich Willkommen zu Deffner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Deffner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 320 und... Wieder vereint. Ja, zurück vom Berg. Deffner und Zschäpitz. Wir könnten doch gleich mal so einen Skisong hier singen, um die Stimmung so ein bisschen. Ich meine, an den Märkten ist die Stimmung ja auch völlig FOMO-haft. Und dann können wir doch eigentlich mal so ein... Haben wir ein passendes Skilied dafür? Auf, wie zu die Berges gipfeln. Das können nur die Kenner. Von Wolfgang Ambrose. Auf, wie zu die Schnader hüpfen. Das ist viel zu intellektuell. Kim Schoberki, Kim. Wirklich? Auf, wie muss, wie muss, wie muss. Vor, davon. Aus, die Galdalerin. Ein Rustikal von Wolfgang Ambrose. Das kennen nur Süddeutsche. Also das war zu unseren Schulzeiten der absolute Hit im Skilager. Wirklich? Ja, das lief da immer auf und runter. Auch beim Abrisski? Also bei uns liefen so andere Skilager. Da gab es noch kein Abrisski. Wir haben die Eisbären so gern. Ich meine, das ist auch schon etwas älter. Das ist das Neueste. Aber das lief da noch. Oder, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Jetzt musst du antworten. Mama Lauda. Ach komm. Kenn ich schon. Das war auch beim Abrisski schon noch. Und Hubschrauber. Auch immer gern genommen. Letztes Jahr, kann ich mich noch gut erinnern, haben die Holländer wie wild dazu getanzt. Ja, mach mal bitte. Wie geht das? Ich kann den Hubschrauber-Song nicht auswendig. Ich habe einen Hubschrauber. So? So, genau. Also Miki Krause läuft immer noch. Und was ich faszinierend finde, in einer Welt, wo ja eigentlich man politisch etwas korrekter ist, singt er dann, leck mich am Zückerli, wenn du mich auf der Hütte triffst. Also ich finde, bei Ski-Songs ist politische Korrektnis noch nicht angekommen. Da darf wirklich noch auch Miki Krause laufen. Finde ich immerhin bemerkenswert. Aber ich bin zurück. Und Layla ist bestimmt auch gelaufen. Nee, Layla lief nicht. Was nicht? Nein, Layla lief nicht einmal. Du hast interveniert, ja? Nee, das gab es nicht. Aber es gab viele andere Sachen. Ich habe festgestellt, Skifahren ist wahnsinnig teuer geworden. Ein purer Luxus. Ich habe es mal durchgerechnet. Wobei wir bei der Unterkunft, wir mussten glücklicherweise ja nichts zahlen, weil wir bei Freunden waren. Ich habe dann aber bei Airbnb geguckt, was wir halt zahlen müssen, wenn wir da eine Hütte hätten gehabt in Seefeld für eine Woche. Das hätte ungefähr 1.500 bis 2.000 gekostet. Aber jetzt einfach mal eine Einfallrechnung. Anreise, Deutsche Bahn, 690 Euro. Vierköpfige Familie. Das sind jetzt die Preise, die wir auch gezahlt haben. Anreise mit Deutscher Bahn, 690 Euro. Skipässe für fünf Tage, rund 900 Euro. Dann musst du ja noch Leihen, Skier und Ausrüstung. Willst du ja nicht alles mitnehmen, 450 Euro. Dann die Unterkunft, die habe ich jetzt mal mit 1.500 angesetzt. Und dann kommst du auf einen Preis. Da hast du ja nichts gegessen. Naja, essen würdest du auch zu Hause. Natürlich sagst du jetzt auf der Hütte ist es ein bisschen teurer. Kaiserschmarrn kostet ja zwischen 15 und 16 Euro. Das hast du dann jeden Tag irgendwie für mehrfach. Ja, aber das ist aber weg. Mach zusammen 3.500 Euro ist der Gegenwert einer Apple Vision Pro. Haben wir mal eben im Urlaub. Aber dafür ist trotzdem Skifahren noch ein ganz besonderer Urlaub. Man sitzt mit den Kindern lange im Lift. Und die können nicht einfach mal ins Handy oder aussteigen und abhauen. Sondern die sitzen mit dir zusammen und du kannst ins Gespräch kommen. Du kannst einfach zusammen auf die Piste starren oder irgendwelche anderen Sachen machen. Nächstes Jahr gibt es dann eine Vision Pro und dann dürfen alle mal virtuelle Skifahren. Stimmt, da brauchen wir nicht wegfahren. Du hast recht. Virtuelle Skigymnastik. Ja, immer abwechselnd. Ja, wir fahren sie nicht so nur alle zwei Jahre. Aber es ist schon wahnsinnig teuer geworden. Skifahren. Das stimmt. Das ist ja vor allem die Liftgebühren und so weiter. Und dann hast du noch nicht mehr richtig. Und dann hat er sich auch noch die Nase angehauen, der Kollege hier. Aber das war jetzt wirklich, jetzt könnte man ja sagen. Ist die Nase noch dicker geworden. Also die Pastikgebäude. Das stimmt. Dann wird der Glotzkast springen. Ja, da braucht er ein Breitbild. Das ist schon wieder ein bisschen abgeschwollen. Schon abgeschwollen. Ich hätte ja, die Geschichte ist ja so schlecht, dass ich überlegt habe, gibt es da nicht eine bessere? Habe ich irgendwie die Frau verteidigt gegen einen übergriffigen Ösi? Aber das wäre natürlich politisch nicht korrekt. Und dann habe ich mir überlegt, habe ich einen Bären getroffen, den ich zu erlegen musste? Auch schlecht, die Geschichte. Es war einfach so, die Pisten waren bucklig, weil die Schneeverhältnisse waren schlecht. Und die Piste war einfach wie so eine Buckelpiste. Und dann war es nur Kunstschnee. Der schiebt sich so zusammen und man hatte einfach Hückel. Und dann fährst du da halt runter mit meiner nicht ganz tollen Haltung. Und dann habe ich einfach abgehoben und mir dann voll beim Aufsetzen den Skistock in die Nase gerammt. Und das war wirklich verdammt. In die Nase gerammt. Es knackte ganz ekelhaft und es kam wahnsinnig viel Blut raus. Man stand in so einer Blutlache und dann im Schnee war das auch noch besonders eindrücklich. Und dann kam dann auch so ein Pistenbully angefangen. Hatte ich aber nicht gleich überrollt. Und hat dann geguckt und meinte, so gebrochen wäre es wohl nicht, aber ich sollte trotzdem nochmal zum Arzt gehen. Und bei Dr. Klein für 60 Euro im Tal habe ich dann nachschauen lassen. Also nicht der Dr. Klein, hast du keine Bar-Hypothek da aufgenommen? Nein. 60 Euro kostet bei Dr. Klein einmal. Ich habe anderthalb Stunden da gewartet und dann hat er mir die Nase angeguckt und noch ein Pflaster drauf gemacht. Und gemeint, könnte sein, dass sie angebrochen ist. Dann habe ich vielleicht irgendwann noch einen Huggel. Aber ich wäre eh verheiratet. Insofern wird das egal. Das war die Kurzgeschichte und jetzt tut sie immer noch weh und das ist immer noch unangenehm. Und sie knackt noch so komisch, wenn man dran wackelt. Wenn der frech wird heute, dann gibt es eine auf die Nase. Insofern ist Skifahren ein sehr gefährlicher Sport, habe ich festgestellt. Derweil Happy New Year ins Asienreich. Nicht nur in China wird ja ein Neujahr gefeiert, sondern in weiten Teilen Asiens. Das Jahr des Holzdrachen hat begonnen. Holzdrache? Holzdrache. Keine normale Drache? Nein, es gibt ja immer die Tiersymbole und da gibt es ja immer noch die unterschiedlichen Elemente. Ich zum Beispiel bin ja Feuerpferd. Das gibt es auch nur alle 60 Jahre. Also da gibt es ja diese Tiergrassymbole alle 12 Jahre. Und dann gibt es ja jeweils nochmal vier Elemente im chinesischen Neuroskop. Feuerdrachen sind Feuer, Feuerpferde, wie ich. Das ist etwas ganz Besonderes. Die sind revolutionärer und natürlich auch der Holzdrache dagegen. Der ist ein Zeichen, das steht für Kraft, Stärke und Energie und verspricht Glück und Wohlstand. Und jetzt als großer China-Investor hoffe ich natürlich mal auf selbsterfüllende, ich habe gestern mit einem Analysten gesprochen, der meinte, es ist ja durchaus, man darf das nicht verachten, diese selbsterfüllende Prophezeiung, weil natürlich die Astrologie und der Aberglaue in dem Punkt sehr verbreitet ist in China. Und zum Beispiel werden in solchen Jahren dann besonders viele Kinder gezeugt. Bei Holzdrachen? Nein, weil es halt Glück und Wohlstand verbreitet. Ich dachte, der Feuerpferd wäre das Geilste. Jetzt erklärst du mir, der Holzdrache wäre es. Ein Feuerpferd ist sowieso das Geilste. Da muss man aber noch bis 2026 warten. Bis das erste Feuerpferd nach meinem Jahrgang wiederkommt. Nach Deffner? Naja, der nächste Feuerpferd-Jahrgang wird erst 2026 gezeugt. Wie wäre das für du noch 2026? Ein Feuerdrachen? Ein Feuerdrachen? Wir wollen nicht weitergehen. Das wäre doch was, das wäre doch ein Ziel. So, jetzt geht es erstmal um die Holzdrachen. Ja, bitte. Versprechen Glück und Wohlstand und vielleicht wird es ja zur selbsterfüllenden Prophezeiung, auch für die chinesische Konjunktur und für die chinesische Börse. Was war letztes Jahr für ein Drachen, für ein Viech? Da war ein Hase. Hase ist nicht gut? Hasenfuß ist bestimmt. Läuft nicht? Und davor das Jahr, was auch schlecht lief, was war da? War bestimmt auch schlecht. Muss schlecht gewesen sein. Davor muss auch schlecht gewesen sein. Muss auch schlecht gewesen sein, ja. Okay. Also, ich meine, Hase, ich meine, das war ja typisches Hasen, ja. Alle laufen davon, ja. Hasenfuß, ja. Ja gut, aber davor das Jahr. Da brauche ich kein Astrologe sein, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist ähnlich wie der, klingt so ein bisschen wie der Superbowl-Indikator. Wenn ein NFC-Team gewinnt, dann steigt die Börse. Wenn ein AFC-Team gewinnt, dann fällt sie. Leider hat jetzt schon das zweite Mal in Folge ein AFC-Team gewonnen und es sieht nicht aus, ob die Börsen fallen würden. Die wird ja überlagert vom Taylor-Swift-Indikator. Wenn aber Taylor-Swift. Ja, aber die war die letztes Jahr schon da? Nee, war sie noch nicht da. Siehste, also es wird nichts. Also ich bin mir nicht sicher, ob dein Holztrache die Chinesen retten wird. Der Trump hat ja schon coole Vorschläge gehabt. Er will die gesamten Importe so hoch besteuern, dass dann irgendwie kein einziger Import mal in Amerika kommt. Und man fragt sich dann, wo die... Ja, Trump hat ja auch, will auf die Russen animieren, NATO-Staaten angreifen zu lassen. Und ja, das sind tolle Ideen, die nicht bezahlt haben. Ja, ich glaube, wir sind ja säumig in Deutschland. Naja, jetzt haben wir ja gerade unsere zwei Prozent erreicht. Ja, mit dem Sonder, mit dem Sonder. Aber der ist irgendwann auch alle. Und ich weiß nicht, ob das im neuen Jahr, ob jetzt die zwei Prozent gesichert sind. Ist der Putin schon in Pankow? Ich weiß es nicht. Also wer sich das Interview mit Taka Karsen noch nicht mit Wladimir Putin anguckt hat. Ich habe mir das am Wochenende, es hat geregnet draußen. Ich war zurück, es war ein bisschen... Und da habe ich mir diese ganzen zwei Stunden, vier Minuten angetan. Und er nimmt uns ein bisschen in russische Geschichte mit. Das ist ein bisschen weird. Es werden Fakten mit Lügen, mit irgendwas zusammengemischt. Auf jeden Fall ist es unterhaltsam, sich anzugucken. Was ein bisschen komisch ist, der wackelt immer mit dem Bein so. Und muss dann einmal der Putin. Und man fragt sich, was ist das? Also es sieht nicht aus, ob er krebskrank wäre. Er sieht total, das Gesicht straff, keine Falte. Er sieht wirklich wie aus dem Leben strotzend aus. Aber am Bein, das wackelt manchmal so komisch. Da gehen die Füße so hoch. Und dann muss er mal einfach über das Bein so komisch drüber steigen. Und das wirkt ein bisschen komisch. Das ist mir aufgefallen. Und ansonsten, ja, er hat auch eine gute Wahlkampfrede nach Amerika gehalten. Nö, ihr habt 33 Billionen Schulden. Ihr habt ein Migrationsproblem. Wozu wollt ihr Geld für die Ukraine ausgeben? Das werden sich viele Amerikaner denken. Und der Putin hat es halt ausprobiert. Er muss sagen, er hat teilweise auch gute Propaganda gemacht. Und meinte aber, als dann gefragt wurde, hey, warum hast du eigentlich nicht mal erzählt, dass die Ukraine nur ein Kunststaat wäre? Weil das will er uns erzählen in der Geschichte. Und warum hast du es nicht gleich erzählt, als du ins Amt gekommen bist? Immerhin stellt er auch ein paar Nachfragen. Jetzt nicht so viele, aber immerhin. Und dann erzählt er, Russland wäre, was Propaganda anbetrifft, total schlecht. Da wären die Amerikaner, weil die amerikanischen Medien, die würden nämlich gesteuert. Und dann wird nochmal dieses Märchen erzählt, dass es eigentlich alles nur amerikanische Lügen sind, die vorbei wären. Und der Russe hätte da überhaupt keine Chance, seinen Punkt zu machen. Hat ihm das alles Sarah Wagenknecht aufgeschrieben? Ich weiß es nicht. Also es war wirklich schon faszinierend, wie er das erzählt hat, warum er jetzt auf die Idee gekommen ist, dass die Ukraine eigentlich, und er hat auch erzählt, dass eigentlich die Ukraine 2014 ihn angegriffen hat. So, und das eigentlich jetzt nur eine Verteidigungssache war, weil es geht dann auch um christlichen Glauben und wie er Leute töten kann, wenn er Christ ist, wird er gefragt. Und er sagt Putin so, nee, nee, es geht darum, meine Sippe zu schützen. So. Ja, das ist schon etwas, eine strange Veranstaltung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, wie gut der Mann aussieht. Ja, nicht so eine dicke Nase wie du, ne? Nee, nee, oder nicht? Er kann Judo, ja? Ja, und du hast mir auch erzählt, ich habe mir auch noch so blaue Flecken hier noch von dem Schießstock im Gesicht, und du hast mir erzählt, ich würde schon so Alterserscheinungen jetzt sehen. Das müsste ich mir auch mal lösen lassen. Vielleicht gucke ich mal an, wo der das gemacht hat. So, für den Glotzkasten müssen wir auf jeden Fall ein bisschen längere Maskenzeit einplanen, damit wir den Chairpitz dann am Freitag wieder aufhübschen. Den gibt es dann auch wieder am Freitag um 17.45 Uhr. Letzte Woche ist er ausgefallen, logischerweise, weil den gibt es nicht ohne Chairpitz. Ja. Und ja, dann... Aber du hast, wir müssen kurz sagen, letzte Woche die Vertretung fand ich... Andreas Lipko, der war hier, hat das ordentlich gemacht und hat schöne Geschichten erzählt. War ein Berliner. Ein bisschen ebend, ne? Ebend, ebend. Aber ich habe ja ständig mhm gesagt, das ist mir echt sehr störend aufgefallen, ehrlich gesagt. Soll ich dir sagen, warum? Das ist immer die Distanz, dann immer die Schalte. Das ist deine Rechengeschwindigkeit im Hirn ist zu niedrig. Ja, du sagst auch. Und er hat so schnell geredet und da musstest du immer verarbeiten. Das stimmt. Und während des Verarbeitens hat er einen Prozessor... Mh... Also wieso bin ich bei einem Prozessor... Alter, baue dir Nvidia-Chips rein, dann geht das schneller. Ich warte auf die... Ja genau. Auf den TAS... äh, Mask... Ja. Wie heißt der Mask-Chip? Du meinst Neuralink. Neuralink. Ja, aber das ist, aber das ist was anderes. Da geht es darum, dass dein Hirn wieder irgendwie, dass du wieder was steuern kannst. Ich glaube, das kannst du noch. Es geht um die schnellere Verarbeitung von Informationen. Ja, dann bin ich ein bisschen langsamer. Aber manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen langsamer ist. Mh... Mh... Gibt es Medikament, was ja irgendwo, wo die Ergebnisse rauskommen, dann doch nicht so gut ist. Können sie vielleicht zurückdrehen? Ich dachte mir so... Ja, war ja 65% Mindestannahmequote und so weiter. Ja, das wollte ich nicht abwarten. Ich habe mir gedacht, ich habe das jetzt zu 66% verkauft oder 65% irgendwas... Aber bist du jetzt mit Gewinn rausgegangen mindestens? Ne. Immer noch nicht? Ne. Aber ich hatte es schon mental abgeschrieben. Ich habe die damals zu 300 gekauft. Dann haben sie einen Aktiensplit gemacht. Mein Broker hat das auch völlig falsch berechnet. Die dachten, ich hätte einen Gewinn von 80% gemacht, aber habe ich nicht. Ich habe die für 300 gekauft und habe dann... Ne, es war noch vor der Abgeltungssteuereinführung. Es war noch im Jahr 2000, als sie auf 1000 gehen sollte. Ich habe sie für 300 gekauft, weil ich dachte, sie geht auf 1000. Wenn der Furch uns das versprochen hat. Dann gab es einen Aktiensplit und dann war sie auch mal wieder über meinem Einstiegskurs. 300 war schon ziemlich annähernd der Höchstkurs. Ne, 400 waren sie dann mal. Das war 400. Ich hatte zwei Tage mit richtig gutem Kurs gewählt und fühlte mich wie der Morphosis-König. Und das war aber für eine relativ kurze Sache. Dann gab es noch einmal den Anstieg wieder auf 112. Das war ja dann umgerechnet wieder knapp 390. Also da war ich auch wieder im Plus. Das habe ich aber nicht rechtzeitig verkauft. Dann ging es ja wieder runter bis auf, weiß ich nicht, 10, was dann umgerechnet 30 war. Und jetzt dachte ich so, hey, 65, das sind umgerechnet... Ja, die drei Euro brauchst du dann auch nicht mehr aussetzen. Weil auf 1000 geht es jetzt nicht mehr. Und da ist ein Risiko drin. Es kann natürlich auch das andere Risiko, dass jemand anders kommt und mehr bietet. Aber nee, das glaube ich doch nicht. Ja, und dass es dann noch einmal auf 300 oder auf 1000 geht. Das habe ich gemacht. Bernd Fürth, damals legendär in der Sat.1. Sat. 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 Genau, auch eine legendäre Sendung. Und der hatte den Status, dass er seinen Porsche direkt vor der Tür parken durfte, während andere zum Parkplatz fahren mussten. Aber er fuhr direkt vor. Das habe ich dann bei Springer auch mal gemacht. Mein Fahrrad immer direkt vor der Tür. Ich dachte, warum macht der immer noch, der Typ jetzt? Nee, mittlerweile kam dann ein Wachmann raus und meinte, auch für sie nicht. Und ich guckte ihn an und dann wusste ich, gut, und jetzt steht das Fahrrad eben nicht mehr direkt vor der Tür. Ja, so ein Fahrrad ist ja auch nicht sehr repräsentativ. Hast du was gemacht? Ich habe auch nicht vor der Tür geparkt. Nein, hast du irgendwas gemacht? Ja, wir haben doch hier FOMO, läuft doch hier gerade alles. Ja, ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen wieder Position aufgestockt teilweise, also immer im Trading-Depot. Und ich habe tatsächlich, in meinem realen Depot habe ich mir jetzt Drone-Shields, die ich zum Jahresanfang vorgestellt habe und die sind auch richtig abgegangen. Ja. Die hatte ich damals leider noch nicht mehr geholt gehabt, Drone-Shields. Okay. Und die hatte ich bei den Ideen für 2024 mit dabei. Ja. Und die haben jetzt fast 100% gemacht seit Jahresanfang. Und also Drohnenabwehrsysteme liefern die und vor allem, ja, genau, sind nicht so Kanonen mit dem an 89% jetzt aktuell, year-to-date. Und die hat der Aktionär letzte Woche auch vorgestellt. Okay. Und ja, haben einen Lauf. Ja, bin ich jetzt da nochmal mit. Guck dir den Charter an, das sieht fast aus wie Nvidia. Wow. Aber natürlich noch vom kleineren Niveau kommt, also von daher, die haben gerade mal immer noch jetzt hier 428 Millionen australische Dollar, die kommen ja aus Australien-Marktkapitalisierung. Bitte jetzt umrechnen mal, Herr Deffner, würden Sie das mal für mich tun? Keine Ahnung. Weil ich dich lieb habe, ich gucke für dich nach. Guckst du für mich? Ich bin echt ein netter Kerl. Ich sage dir, es sind Euro, in Euro sind das schmale 259,4 Millionen Euro. Was für ein australischer Dollar, das wäre das, ne? Das hätte ich ja nicht für geringer befunden, aber gut. Ja. Das hast du gemacht? Noch irgendwas? Ja, ein bisschen was habe ich, also immer wieder ein bisschen was aufgestockt oder sowas. Also habe ich jetzt nicht hier den Übersicht da, ehrlich gesagt. Ich habe ja festgestellt. Aber doch, sowas wie Fluence Energy habe ich mir wieder geholt, die sind ja auch gut. Und ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, ehrlich gesagt. Was ich ja letzte Woche, immer wieder ein paar kleine Positionen hier in meinem Trading-Depot. Im Moment, wenn das Eigenkapital steigt, dann habe ich ja was zur Verfügung, ja. Stimmt, wenn alles steigt, dann gibt es ja wieder mehr. Und wenn es fällt, wirst du ja sowieso ausgestoppt. Dann wird ja ausgestoppt, genau. Ja, also vieles von denen, ich habe mir halt manche Sachen wieder zurückgeholt, wo ich vorher ausgestoppt worden bin, ja, zu niedrigem Niveau meistens. Und bei Drone Shields war ich noch nicht dabei. Aber ich komme ja noch zu ein paar Sachen dann später beim Bullen. Aber eine Sache, die kann ich jetzt, weil wir heute auch darüber diskutieren, ja, über ein Thema. Der Momentum-Indikator, weil die letzten drei Jahre lief ja Momentum gar nicht. Also ich habe einen Sparplatz von MSCI World Momentum. Und dann habe ich in den letzten Jahren immer billig Momentum eingesagt. Und jetzt ist der Momentum komplett explodiert. Und da habe ich wieder festgestellt, wie geil eigentlich ein Sparplan funktioniert, wenn das Ding erst mal wie tot am Loch die ersten Jahre liegt, wenn man anfängt. Und dann am Ende hin, gut, jetzt ist es noch nicht, mein Ende ist noch nicht gekommen, nach oben geht. Wenn ich die Nase anschaue, war es knapp daneben, ja. Knapp vor dem Ende. Da hätten sich die Armen schon mal gefreut. Ja, Morphosis und der Momentum-Sparplan. Ja, zack. Und da stellt man fest, wie geil das ist. Bei Cloudflare habe ich auch einen Sparplan gehabt. Die waren ja auch jahrelang irgendwie schlecht. Und jetzt ist ja Cloudflare, die haben super Zahlen vorgegeben. Und so zack, explodiert das Ding. Und dann sieht man, wie mächtig ein Sparplan ist und wie man eigentlich dafür kämpfen sollte oder denken sollte. Lauf doch am Anfang lieber schlecht, liebe Aktien. Und das ist ja immer so ein Denkfehler, dass man denkt, oh, ich habe hier einen Underperformer. Nee, wie gut, wenn man ein Sparplan ist, ein Underperformer sogar gut. Wenn man denn die Aussicht hat und wenn man den Qualitätswert hat, dass es nochmal irgendwann nach oben geht. Und das ist die einzige Sache, die man sich fragen muss. Und wenn das so ist, ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn es erstmal misslich läuft. Ja, allerdings weiß man halt nie, ob es ein Qualitätswert wird oder ob der vermeintlich verprügelte Wert dann wieder zu einem Qualitätswert wird. Das ist ja immer die Große. Wir haben ja über Amazon mit Andreas Lipko aufgesprochen und so weiter und unsere Erfahrungen da. Ja, wenn man es immer wüsste, dann wäre man hinterher natürlich immer schlauer. Und vorher sind eben dann andere Meinungen da. Das stimmt. Amazon.bomb war ja damals die Schlagzeile bei Barron. Jetzt sowas durchzuziehen dann und man hätte auch sagen können, da hättest du 20 Jahre einen Amazon-Sparplan gemacht. Wobei der Sparplan wäre ja gar nicht so. Also da war die Einmalinvestment von mir damals natürlich die bessere Geschichte. Also nur in steigende Kurse dann irgendwann mal reinzusparen, ist ja dann auch schön, aber natürlich nicht mehr so. Aber du hättest noch bei Apple lange Zeit, die waren ja auch niedrig bewertet nach dem iPhone, haben ja alle gedacht, das wird nichts mit dem iPhone. Beziehungsweise da kommen die Chinesen und werden das weg arbitragieren, die Gewinne. Und ein Hardwarehersteller hat noch nie Gewinne gemacht und dann hättest du auch für viele Jahre Apple billig einsacken können. Man sieht das bei so vielen Sachen. Also wenn man sich denkt, dieses Unternehmen oder diese Sache, das wird noch irgendwas, dann sollte man wirklich dabei bleiben. Aber man muss halt wirklich immer seinen Research machen und sich fragen, bin ich da noch auf dem richtigen Schiff oder fährt der Dampfer möglicherweise woanders lang? Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Mit Bull und Bär. Mit Bull und Bär. Ich würde schnell meinen Bullen mal machen, weil ich ja in Österreich, die habe ich aus Österreich mitgebracht, beziehungsweise ist ein deutsches Unternehmen. Aber es war ja sehr warm, wir hatten so 10 Grad Sonne. Es fühlte sich an, so wie im Frühjahr fahren. Und damit überhaupt da richtig Schnee lag, braucht es die Beschneiungsindustrie. Und die Beschneiungsindustrie ist ja omnipräsent auf ganz vielen Pisten weltweit. Ist also ein Wachstumsding. Und da habe ich natürlich geguckt, ist das alles börsennotiert? Marktführer ist Techno Alpin. Die haben sich irgendwann mal von Johnson Controls die Beschneiungstochter gekauft. Johnson Controls ist ja so ein Wärme-Kälte-Experte aus Amerika, die kennt man ja kaufen können. Aber die haben die Tochter leider an Techno Alpin verkauft, so ein italienisches Privatunternehmen aus Bozen. Also die kann man nicht machen. Sulfac ist der nächste aus Österreich, auch nicht börsennotiert. Aber dann habe ich weiter geguckt und dann bekam ich fest, diese Pumpen, die da drin sind. Und man muss ja da das Wasser teilweise aus dem Tal nach oben pumpen. Ist ja sehr energieintensiv auch. Die kommt von KSB. Und KSB ist so ein Pumpenhersteller aus Frankenthal. Besteht auch schon seit 1800 irgendwas. Also ein Traditionshandel ist ein Hidden Champion. Ist gerade in den SDAX aufgestiegen und damit so ein bisschen in der Visibilität bekommen. Und ich muss gestehen, ich habe von dem Unternehmen jetzt nicht wirklich Ahnung. Und kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das ein cooles Teil ist. Aber es scheint so ein Hidden Champion zu sein, den man bisher noch nicht so richtig erkannt hat. Und es gibt auch nur drei Analysten, die den ganzen covern. Die haben alle drei eine Kaufempfehlung. Beispielsweise die Landesbank Baden-Württemberg, Kurs C600. Die Notiz ist bei 574 oder so. Also da scheint auch noch ein bisschen was drin zu sein. Die Chancen, die in dem Ding liegen. Klar, es gibt eine steigende Nachfrage nach Pumpen. Aber auch nach Armaturen. Das machen die wohl auch. Und es gibt halt ein relativ hohes Ertragspotenzial. Die Risiken. Wettbewerbsumfeld habe ich keine Ahnung, wie das genau aussieht. Und geopolitische Störungen sind natürlich für so einen Spezialisten, der überall in die Welt exportiert, auch schwierig. Und die Kurse sind halt relativ volatil. Das ist auch an der ganzen Sache schwierig. Trotzdem, glaube ich, lohnt sich das mal anzugucken. Es gibt nur Vorzüge. Die sind nämlich 80 Prozent Free Flow. Die Stammaktien sind in einer Stiftung gelagert. Also hat man auch irgendwie, muss man sich nochmal angucken, wie das genau aussieht. Aber insgesamt denke ich, ist es mal was zum Angucken. Und deswegen sage ich KSB, die dafür gesorgt haben, dass das Wasser in die Kanone kam. Und daraus dann mit Druck Schnee auf die Piste kam, sind mein Bulle der Woche. So. Gut. Habe ich keine Meinung zu? Hattde ich auch noch nie. Umsatzwachstum, hoher einstelliger Prozentsatz. Und Pumpen braucht man. Pumpen braucht man immer. Ja, das ist natürlich kein sexy Business. Es ist wahrscheinlich so wie Gas, Wasser, Klempnerei. Aber das ist ja auch ein Business, was gerade boomt. Und warum sollen die auch mal Pumpen boomen? Vielleicht machen die auch was für Wärmepumpen. Oder keine Ahnung, wo man Pumpen braucht. Aber ich finde es okay. Gut. Mein Bulle der Woche ist, ich würde es mal das mögliche Ende der Dunkelflaute nennen. Bei Sonne- und Windaktien. Das war im Prinzip der letzte Mittwoch. Der war da ein, der 7. Februar. Vielleicht ist es, da hat ich es gemerkt. Ja, ja, ja. Das ist der Wendepunkt, ja. Und da gab es nämlich reichlich Zahlen oder beziehungsweise am Abend vorher. Fangen wir mal an mit Vestas, die da kamen. Die sind in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 15,4 Milliarden und eine Rendite von 1,5 Prozent. Und dann mit dem oberen Rand der eigenen Prognosen erreicht. Auftragseingang auf Rekordwert. Umsatzanstieg auf 16 bis 18 Milliarden wird für 2024 prognostiziert. Und das Ganze kam an der Börse sehr gut an. Die Aktie hat um, ja, hat zugelegt. Ich habe es gar nicht hier. Zugelegt? Nein, nein, hat deutlich zugelegt. Also so Richtung 5 bis 10 Prozent. Ich habe es mir jetzt doch nicht rausgeschrieben. Und hat insgesamt der Windbranche auch Auftrieb gegeben. Also allein, wie gesagt, Vestas war ja auch in die roten Zahlen gerutscht. Und das als Weltmarktführer war ja immer so ein bisschen der Vorzeige-Turbinen, Windturbinenbauer. Und da hat man gesagt, ja Vestas, die machen ja alles richtig. Aber Siemens Energy, das sind ja die Loser. Aber wie gesagt, am Ende hat es ja dann auch Vestas erwischt und die haben gelitten. Aber Sie sind weiter auch warnend und sagen, die Herausforderungen werden sich fortsetzen. Also die unruhige geopolitische Lage, langsame Verfahren und Verzögerung beim Netzausbau werden auch 2024 für Unsicherheit sorgen. Und trotzdem sind Sie in die Gewinnzone eben zurückgekehrt, trotz des widrigen Gegenwindes, den es immer noch für die Branche gibt. Das half dann übrigens natürlich dann auch der Siemens-Aktie. Und die kamen dann auch nochmal mit endgültigen Zahlen am gleichen Tag. Die waren ja schon bekannt, dass sie im Geschäftsjahr, im ersten Quartal des Geschäftsjahres auch wieder in die schwarzen Zahlen insgesamt zurückgekommen sind. Allerdings hauptsächlich wegen Beteiligungsverkäufen. Und das Windgeschäft bei Siemens-Gamesa, das hat immer noch rote Zahlen verbucht. Aber trotzdem half das eben auch der Siemens-Energy-Aktie. Und dann kamen jetzt eben noch am Montag dieser Woche auch Nordics mit klitzekleinen schwarzen Zahlen. Aber es geht ja um das Ende der Dunkelflaute und immerhin ein kleiner Gewinn eben von zwei Millionen operativ im Gesamtjahr. Aber da waren ja 244 Millionen Verlust noch ein Jahr zuvor gestanden. Also sieht man mal, dass es doch eine Verbesserung ist im Windbereich. Und ähnlich sieht es im Solarbereich aus. Da gab es nämlich auch am Dienstag, also die Kurssprünge am Mittwoch dann, nachdem am Dienstagabend nach Börsenschluss N4S Energy auch seine Zahlen vorgelegt hat. Und die waren, die Zahlen, alles durch die Bank enttäuschend. Und im vierten Quartal Umsatz- und Gewinnprognosen verfehlt. Und auch die Prognose für das laufende erste Quartal lag unter den Analystenschätzungen. Aber dann kamen ein paar entscheidende Sätze vom CEO, der gesagt hat, die noch immer sehr hohen Lagerbestände würden sich normalisieren. Und ab dem zweiten Quartal sei mit einer anziehenden Nachfrage zu rechnen. Und er sagt, wir haben eine Phase der Abschwächung der Nachfrage hinter uns. Wir denken, dass Q1 das Quartal mit dem Tiefpunkt sein könnte. Und in Europa, da gäbe es bereits erste Anzeichen für eine Erholung. Und sie würden erwarten, dass sich die nicht-kalifornischen Staaten schnell erholen werden in den USA. Und das alles hat den Solarsektor insgesamt beflügelt. Die Aktie von Enphase hat dann am Mittwoch 17% zugelegt. SMA Solar 9% zugelegt. Enphase ist ja auch hauptsächlich ein Wechselrichterhersteller. Und wie SMA Solar plus 9% Solar Edge, der eben Konkurrent aus Israel mit dem gleichen Produkt, plus 13% insgesamt der Invesco Solar ETF 4,5% an dem Mittwoch zugelegt. Und wie gesagt, ähnliches Bild bei den Windaktien, die auch alle kräftig gewonnen haben. Und Nordics am Montag nach den schwarzen Zahlen auch 10% plus gemacht. Also das sind doch Hoffnungszeichen. Und vielleicht ist das, wie gesagt, das Licht am Ende der Dunkelflaute. Und der erste Wind, der aufkommt in dieser Flaute. Und man spricht ja auch davon, gerade dass eben jetzt auch Preissteigerungen durchgesetzt werden konnten im Windbereich. Das ist ja ganz entscheidend, dass man jetzt auch die Preise umlegen kann, worunter die Branche ja lange gelitten hat, dass die eben die starken Preissteigerungen bei Rohstoffen und dergleichen eben nicht umlegen konnten. Und jetzt scheinen sie da andere Verträge zu machen und können das eben weitergeben und damit auch wieder Geld verdienen. So, das ist mein Bulle der Woche. Und ich bin investiert in eine Bulle der Woche für Solar. Die grünen Aktien. Nein, nicht die grünen. Wind und Solar, beides. Oder machst du vielleicht den iShares Global Clean Energy? Nein, 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 nein. Ich habe jetzt für Wind und Solar ganz konkret. Nein, iShares Clean Energy ist jetzt nicht gelandt an der Stelle. Wind und Solar und den Wind ETF nehmen. Nein, ich habe jetzt, sage jetzt genau die, die ich genannt habe, wie gesagt, Wind und Solarbranche. Für die gibt es den Bullen der Woche. Kann jeder sich selber anschauen, wie er das umsetzen will mit Einzelaktien. Ich habe ja dazu selbst im Dings auch schon viele im Ausblick hier 2024 mit drin gehabt. Aber ich meine, wie gesagt, die Windakteure sind bekannt und da gibt es nicht so viele. Vestas, Nordex und Siemens Energy sind Aktien. Und Siemens Energy ist natürlich weiter aufgestellt. Haben auch ein bisschen Gas. Und sind diversifiziert. Und haben sich schon seit dem tiefen Jahr verdoppelt. Das stimmt. Zuletzt. Die haben auch einen guten Laufauf zuletzt. Und ich habe persönlich SMA Solar und Nordex aktuell im Depot von den genannten. Gut. Ja. Also du würdest nicht, den Breiten würdest du nicht machen. Weil viele ja fragen jetzt, wie kriege ich das umgesetzt. Ja, wie gesagt, ich habe ja in den 24 Ideen, da habe ich ja zum einen den Invesco Solar als Idee genannt. Dass gerade Solar wiederkommen könnte. Bisher ist sie ja noch nicht geschehen. Also er hat ja nochmal richtig, kam ja nochmal richtig im Januar. Und jetzt bist du eigentlich jetzt unter die Räder. Eben infolge dieser ganzen Zinsspekulation. Und gerade im Solarbereich war ja diese Rede jetzt von den Überkapazitäten überall. Und mit den ganzen angezählten Solarherstellern in Deutschland, Mayer Burger. Also Mayer Burger würde ich jetzt nicht mehr in die Empfehlungsliste da nehmen. Die hatte ich dann noch in einem Solarkorb mit drin. Da, wie gesagt, sehe ich mittlerweile, das ist doch skeptischer, die Technologie. Aber Solar Edge finde ich, SMA Solar und Cinco Solar ist ja sowieso nach wie vor mein Favorit in dem Bereich. Die habe ich auch noch im Depot. Man kann sie aber mit dem Invesco Solar breiter aufstellen. Und Global Clean Energies ist natürlich auch immer eine Alternative. Aber da sind ja nochmal mehr als Wind- und Solaraktien mit drin. Und ThyssenKruppen und Zera hat heute auch positiv reagiert auf Zahlen. Also gibt es ja vieles, was möglich ist in dem erneuerbaren Bereich. Aber jetzt ging es speziell um Wind und um Sonne. Sehr schön. Gut. Dann komme ich zu meinem BR der Woche. Erst meinem persönlichen Leben. Es geht um meine Kühlschrank-Gefrier-Kombination. Habe ich vor elf Jahren bei Ikea gekauft. Ist von AEG. Gehört zu Elektrolux-AEG. Wer gehört noch zu Elektrolux? Ich glaube, Zanuti. Kennst du wahrscheinlich. Dann Elektrolux halt. AEG gehört dazu und so weiter. Und es ging darum, das Tiefkühlfach hat dann irgendwie Eis angesetzt. Und dann explodierte da hinten schon das Tiefkühlfach, weil das Eis so nach vorne ging, dass das Tiefkühlfach auseinander ist. Dann haben wir das so wie im früheren Osten abgetaut. Ja, abtauen sollte man immer. Abtauen läuft immer. Alle paar Jahre sollte man abtauen. Abtauen. Ja, aber das haben wir dann gemacht und dachten, oh, Problem gelöst. Abtauung-Girl. Abtauung, genau. Das haben wir dann gemacht. Und dann alles wieder reingetan. Leider kam das Problem wieder mit dem Eis. Das ist schneller, als wir das vermutet hätten. Und dann haben wir einen AEG-Techniker angerufen, der dann vor Ort war, das auseinandergebaut hat, sich anguckt und sagt, ja, das ist einfach dieses kleine Thermostat, so ein Thermoschutzding, was dafür sorgt, dass es abtaut, automatisch. Das ist ja nicht mehr wie früher, dass man das alles per Hand machen muss, sondern das macht ein kleines Thermostat. Kleines Problem der Geschichte ist, dieses Thermostat wird leider nicht mehr hergestellt. Und ja, wir könnten den Kühlschrank jetzt wegwerfen. Und es ist, alles funktioniert noch bestens. Der Kühlschrank sieht super aus. Wir haben mal das Gemüsefach, mussten wir einmal mal neu kaufen, weil irgendwie das abgebrochen war, weil man ja gerne mal den Kühlschrank zumacht, wenn das Gemüsefach noch ist. Zumindest machen die Kinder das gerne. Weil sonst, wirklich top. Und in der Tür waren mal so ein paar Seiten kaputt gegangen, auch konnte man nachbessern. Und nun stehen wir da und haben dieses Teil nicht. Und dann habe ich bei Fixpart, das ist so ein Teile-Mensch, der kauft immer alte Teile auf, da kann man das bestellen, hätte es auch per Hand reinmachen können. Und die haben dann gesagt, ja, in vier Wochen liefern wir. Dann haben die irgendwann festgestellt, können wir doch nicht liefern, gibt es nicht mehr. Bitte melden sich beim Hersteller. Ich habe dann beim Hersteller angerufen und dann habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt beim Hersteller. Und dann rühmen die sich, Öko-Pionier, AEG, seit über vier Jahrzehnten, unser grünes Gewissen, ihre Zukunft. Und sie kriegen es nicht mal fertig, ein Teil, was wirklich elf Jahre alten Tiefkühlfach ist, einfach mir zu organisieren oder das noch herzustellen. Sondern ich würde fast sagen, es gibt wahrscheinlich viele Hersteller, die es genauso machen, wo dann ein Teil nicht mehr gibt und du das gesamte Ding wegwerfen musst. Und für mich ist sowas, ich muss gestehen, hat das weder mit grün noch mit nachhaltig zu tun, weil der Kühlschrank hat auch eine relativ hohe Energiestufe. Also nicht mal so, wenn wir den jetzt rauswerfen würden, dass wir dann sagen würden, naja, innerhalb von zehn Jahren haben wir die Ökobilanz wieder aufgefrischt, weil wir dann ja eine bessere Energiestufe hatten. Und er war auch schon relativ gute Energie und alles. Und ich muss gestehen, ich weigere mich, dieses Ding rauszuwerfen. Jetzt wäre wahrscheinlich erst mal so wie früher das immer abtauern müssen. Das Problem ist, du kannst das Tiefkühlfach nicht alleine ausschalten, sondern musst der ganze Kühlschrank immer, also musst du irgendwie es schaffen, den ganzen Kram aus dem Kühlschrank raus und irgendwas. Es ist auf jeden Fall schwierig, das zu machen. Aber ehrlich, lieber AEG oder Elektrolux, wie er heißt, so geht nicht Nachhaltigkeit. Und ich finde, wer sich Nachhaltigkeit rühmt und dann so einen Abfuck organisiert, der ist für mich nicht nachhaltig, sondern einfach nur gewinnorientiert und macht nur bunte Broschüren. Und insofern geht mein Bär der Woche an die wunderbare Firma Elektrolux, die sich mit grün ziert, aber leider braun liefert. Und deswegen sage ich Bär der Woche. Ich kann den neuen Hersteller beitragen. Mir geht es englisch mit meinem Gaggenau-Kühlschrank. Im Gaggenau rühmt sich ja der Mercedes unter den Kühlschrägen zu sein. Und den hatte ich hier in meiner Mietwohnung eingebaut. Und der hat auch ganz komische Geräusche gemacht. Hatte ich auch Mechaniker da, auch von der Firma. Genau, Fachkräfte. Erst hatte ich so ein Billo da. Nee, wir haben gleich den Fachkräfte. Nee, ich habe erst mal ein Billo geholt und der sagt dann sowieso gleich austauschen. Aber da muss man echt aufpassen, weil da gibt es wirklich viel Schindlupe. Dann hatte ich nochmal den Original da, der ja dann schon mehr kostet. Und ja, da fehlt dann wieder ein Teil. Der hat auch Abtauen gesagt. Und hat da aber auch nicht geholfen. Und dann musste ich das ganze Teil rauswerfen. Da gab es aber keinen Gaggenau mehr, weil das ist... Wie macht man das denn nicht nochmal? Also man wird in seinem Leben... Also wenn die das jetzt nicht hinbekommen, dann würde ich das nie wieder... Also für mich wäre die Firma tot. Es ist wirklich so ein kleines Teil wie eine Streichholzschachtel. Es ist so ein kleines Teil. Es geht um ein ganz kleines Teil. Und er meint, ja, es gäbe so einen Nachfolgeteil. Es gäbe natürlich einen Nachfolgeteil, aber man hätte es anders gemacht. Und man könnte es jetzt irgendwie per Hand irgendwie reinlöten oder sonst was. Wollte jetzt aber nicht machen, weil da würde er keine Haftung für übernehmen. Ich sage, ich unterschreibe ihn auch, die Haftung übernehme ich. Wollte nicht machen, wahrscheinlich werde ich sowas machen. Ich werde dann so ein Bastelding draus machen aus meinem Tiefkühlfach. Mal gucken, ob das dann... Heimwerken mit Holger. Heimwerke, genau. Ich habe vorher gelötet. Im Osten. Du kannst ja vielleicht... Ja, hallo, da kannst du einen neuen YouTube-Kanal öffnen. Ja, so können Sie... Teilen löte ich euch den AEG-Kirchschrank zusammen. Doch. Ja, habe ich gedacht. Und danach meine Nase. Dann schien ich noch meine Nase. Ich könnte hier meinen Ersatzteil... Ich könnte die Ersatzteile aber durchgehen. Vielleicht hat jemand noch das Ersatzteil da. Meinst du, ich gebe hier die Nummer durch und die Menschen bringen mir das Ersatzteil? Nein, das kannst du. Die können nicht anschreiben. Wer zu Hause AEG-Ersatzteile rumliegen hat, der kann mich persönlich kontaktieren, würde ich sagen. Also, dann mache ich mal weiter mit meinem Bär der Woche. 242-5487-028. So heißt das Thermoschutz-Ersatzteil. Also, wer das hat, bitte einfach mal melden hier und ich würde das dann... Das kann man nämlich direkt einbauen. Da muss man nicht löten. Und beim anderen müsste man wohl löten. Bin gespannt. Ja, ich werde berichten. So, bei mir gibt es wieder mal einen Bär in der Woche für die Digitalwüste. Deutschland, ja, hat es ja immer wieder, schon oft auch geschafft hier, ja, in einem Podcast, ja. Da gab es neue Zahlen von der INSM, die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft. Da kommt der Chapitze wieder so, als Lobbyisten. Lobbyisten. Ja, Lobbyisten für den Kapitalismus, lobe ich mir, ja. Der hat es ja nicht leicht. Für die Marktwirtschaft der Prägung der Mitglieder, die dahinter stehen, so muss man es sagen. Marktwirtschaft ist nie rein. Ich wollte nur darauf hinweisen. Soziale Marktwirtschaft ist auf jeden Fall reiner als Sozialismus in seinem Lauf. Dass das natürlich eine vorteilhafte Veranstaltung ist, würde ich dir sofort sagen. Nur man muss immer wissen, dass auch da gibt es immer, bei Lobbyisten muss man immer fragen, was wollen die, wovon profitieren die insofern. Aber Digitalwüste bin ich bei dir, ich fuhr im Zug von Garmisch-Spartenkirchen nach München und die Hälfte der Zeit gab es noch nicht mal ein Handy. Vorhin überdachte ich so, nicht mal in Tutsing. Man denkt sich, Tutsing? Das ist ja noch nicht mal in Bayern. Ja, der denkt mich so, hä, was? Wer macht da Wirtschaft? Ist das nicht der, wie heißt der? Der Allwanger. Ja. Der war zu viel auf Bauern-Demos unterwegs, kann sich nicht mal um seine Digitalisierung kümmern. So ist es. Nur noch im Kampf gegen Subventionsabbau, ja? Der ist nur mit Bauern und mit Demo. Nur auf der Demo-Stadt. Müsste man mal ein bisschen Ministergehalt streichen, ja? Heißt du. Ja. Aber morgen auf dem Arscher-Mittwoch, da wird er wieder abledern. So. Also. So ist der Huber. Okay, wusste ich gar nicht. So ist der Huber, da kann man sich nicht um die Digitalisierung kümmern. Nee, also das ist, also ich könnte ihm die Streckenteile sagen, irgendwo an der Bahnstrecke gern auch ein Handy-Funkmast funktionieren kann. So, aber jetzt mal zu meiner INSM-Studie. Ja, die haben herausgefunden, dass die Fortschrittskoalition, die Ampelkoalition auch hier ihre Ziele noch nicht erreicht hat, weit davon entfernt ist, Deutschlands Verwaltung digitaler zu machen. Und trotz dieses Zieles sind nur 153 der geplanten 575 öffentlichen Serviceangebote bundesweit online verfügbar. Bundesweit online verfügbar, ja? Also 153 von 575. Und das haben sie in ihren Behörden-Digimeter herausgefunden, jetzt ein regelmäßiges Monitoring der digitalen Verwaltungsdienstleistungen. Und es sind gerade mal 48 Serviceangebote mehr als Ende 2022, die inzwischen digital verfügbar sind. Also das sind quasi die Fortschritte der Ampel, der Fortschrittskoalition. Und sie erreichen damit lediglich 27 Prozent des bereits für Ende 2022 angestrebten Ziels. Ja, also das wäre Versetzung gefährdet auf jeden Fall in der Schule, würde ich mal sagen, beim Zwischenzeugnis. Und der INSM-Geschäftsführer als Leben, der sagt dazu, Deutschland bleibt digitales Entwicklungsland. Das Versagen bei der Transformation zu einer digitalen Verwaltung ist ein zunehmendes Standortrisiko. Unternehmen und Fachkräfte aus dem Ausland sind anderes gewohnt und empfindet die analoge deutsche Verwaltung als abschreckend. Ich meine, das ist ja immer wieder, was man hört von Leuten, die herkommen und sagen, man, hier zum Bürgeramt zu gehen, das gibt es ja nicht. Und selbst von ukrainischen Flüchtlingen haben wir das ja gehört. Und die haben auch nochmal aufgesplittet in die einzelnen Bundesländer. Auch da ist Bayern zurückgefallen. Weil der Eimerer Hübert ist nur noch aus Agrartiesel-Shirt und nicht mehr um die Laptops, sondern nur noch in der Lederhose. Schnappatmung inklusive. Ampel. Nicht immer die Ampel. Also der Hübert. Also Bayern ist ein digital führendes Land abgelöst worden, ausgerechnet von Hamburg, von den Fischköpfen. Oh wow, liebe Bayern, hallo. Hubert. Wer regiert denn da in Hamburg? In Hamburg? Die SPD. Wie hat die Eimer Schöner? Wie heißt der? Tschentscher? Tschentscher. 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 Nura Tschöner, das ist die Schauspielerin. Ja, Tschentscher, Tschentscher. Ich wusste auch was mit dir. Ja. Ja, unauffällig, aber geräuschlos, das ist ja der Nachfolger vom Scholz. Hat die ja auch, oder? Ja, macht das. Tschentscher. Unauffällig, geräuschlos, aber digital erfolgreich. Hamburg, digital führendes Land und dort sind 253 von 575 angeboten, digital, also 44%. 253 im Vergleich zu 153 im bundesweiten Vergleich. Okay. Okay, das ist schon starke Leistung, muss man sagen. Also ein Hoch auf Hamburg und ist ja auch nicht so groß, das wäre ein bisschen leichter, wenn es so ein Stadtstaat. Am schlechtesten das Saarland, wer heiteres Ministerpräsidentenraten, es ist nicht mehr AKK, sondern es ist auch eine, wie heißt die Frau, war die nicht früher Kugelstoßerin oder sowas? Ich habe keine Ahnung. SPD, Rehlinger? Rehlinger, ja. Rehlinger? Rehlinger. Anke? Anke, Anke Rehlinger, ja. Und Sachsel-Anhalt, der Haseloff, den hatten wir heute schon mal, weil wir uns hier beim Reingehen ins Studio haben uns Nachwuchsjahrgänge begrüßt, die uns vielleicht den Chefner kannten. Herr Deffner. Herr Deffner, Herr Deffner hat er gesagt. Sind Sie es? Aus dem Podcast. Ich bin Jahrgangs immer so und so und dann wollte Herr Deffner gleich sagen, Ja, bist du auch Team Deffner? Weil er sagt, er ist Team irgendwie. Da wollte er sich nicht festlegen. Und da wollte er sich nicht festlegen. Smart, die jungen Leute. Sehr gut. Zum Schluss sitzt du da beim J-Bits, bei der Wirtschaftsredaktion. Du weißt nie, wo du landest. Dass dir jeden Tag nachher, du bist im Deffner-Sand, schreibe zehnmal. Oder er macht die ganze Zeit. Lass er mal ein bisschen nachdenken. Ja, genau. Beziehungsweise derjenige, der sofort alles rausblattet. Wo ist es in Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt in Ostdeutschland. Wo ist es denn in deinem Digital-Ranking? Nein, in deinem Digital-Ranking hat der Herr Haselhoff. Die sind die letzten. Ich dachte Saarland. Nein, Saarland und Sachsen-Anhalt. Also beide zusammen. Beide Schlusslichter mit 164 Online-Leistungen. Okay. 28,5 Prozent. Gut. Achso, und 153 sind es nur, die bundesweit flächendeckend quasi verfügbar sind. Also die sind jetzt quasi auch nicht schlechter als der bundesweite. Aber flächendeckend heißt ja, es muss ja alles dann bundesweit verfügbar sein. Aber es ist also unter der Schublade. So, und ja, INSM fordert Einführung einer Verwaltungs-Cloud. Ja, macht Sinn. Die Modernisierung von öffentlichen Registern mit automatischen Datentransfers. Macht auch Sinn. Da könnte man ja auch mal das Grundbuchamt, braucht man nicht mehr seine ganzen Grundsteuer-Daten zusammensuchen, wenn mal wieder irgendwie eine Abfrage kommt. Ja, dann kannst du das Amt selber machen. Und die zügige Einführung einer digitalen ID. Und die könnte man ja, Vorschlag von mir, dann eben auch mit einer Kontonummer verbinden. Dann kann man vielleicht auch mal Klimageld auszahlen. Klimageld. Aber es ist ja technisch immer noch nicht möglich. Also ist ja der Herr Lindner auch noch immer für Nachzug. Und wie gesagt, dann geht natürlich auch der Appell an die FDP hier, Digitalminister Wissing. Aber der anscheinend kümmert sich, der ist ja immer damit beschäftigt, in Brüssel irgendwelche Einsprüche zu erheben. Der macht mehr für Autos. Ja, für E-Fuels und E-Fuels für Autos und E-Fuels hier für LKW und irgendwelche Boykott-Maßnahmen in Brüssel, dass man irgendwie Beschlüsse boykottiert. Lieber mal einfach mal machen, ja? Mal die Digitalisierung voranbringen. Das wäre doch mal was, ja? Gut. Jetzt hast du Bär der Woche. Bär der Woche für die Digitalwüste Deutschlands, ja? Sehr schön. Ja, die dafür Verantwortlichen, ja. Der Hubert. Gut, bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, können wir noch kurz den Menschen mitteilen, dass die Inflationsraten in Amerika etwas heißer ausgefallen sind. Das ist aber nicht gut für die Behörden. Etwas heißer, aber nicht genauso heiß wie beim letzten Mal, nämlich statt auf 2,9, es ist auf 3,1 die Headline und die Chorrate ist nicht gefallen, sondern gleich geblieben bei 3,9 und sie sollte auf 3,7 fallen. Und jetzt ist die erste Zinssenkung nicht mehr im Juni, sondern im Juli. Wobei man sagen muss, die Märkte haben in letzter Zeit das nicht so besonders ernst genommen und dachten, die Wirtschaft läuft auch bei hohen Zinsen und irgendwie war dieser Wunsch, Zinssenkung zu haben, nicht mehr ganz so ausgeprägt. Bin mal gespannt. Nee, aber das war ja erst für März eingepreist. Dann wurde irgendwie so, ach nee, März wird jetzt nichts mehr und dann ist die Sache auf Mai verschoben worden. Mai hat man dann so irgendwie gesagt, Mai ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt hat man auf Juni, ich glaube Juni, Juni ist nicht Juli. Und mal sehen, wie die Märkte darauf reagieren. Also zumindest die März-Mai-Dingens hat nichts gemacht. Die Redaktion ist schon mal ein bisschen stärker abgeschmiert jetzt. Da ist jetzt ein Prozent im Minus nach den Daten. Vorher war ja ungefähr ein halbes Prozent im Minus. Und das ist jetzt auch nicht der totale Einbruch. Aber natürlich hat man eher gehofft, dass man irgendwie was unter drei kriegt. Das wäre ja natürlich schön gewesen. Und das hätte natürlich so ein bisschen die Zinssenkungsfantasie aufrechterhalten. Wir sind jetzt auch nur leicht im Plus-8-Basispunkt in Amerika. 4,26 in Amerika und in Deutschland sind wir 2,5-Basispunkte hoch. Sind wir jetzt bei 2,38. Boah, ist jetzt nicht so schlimm. Auch das wird zu Verschmerzen sein. Beeindruckend ja heute die Schweizer Inflation. Ja, sagen Sie bitte. Die ist auf 1,3 gefallen. Ich habe es jetzt noch richtig im Kopf. Und das war eine total Überraschung, weil eigentlich die Analysten hatten mit einer gleichbleibenden Inflation von 1,7 oder so gerechnet. Also ich glaube jetzt 1,3. Ich kann es jetzt nicht mehr genau. Okay. Ich habe es gerade nicht. Ich schaue nochmal nach. Ich muss hier mal hier nichts Falsches verkünden. Schweiz. Bitte? Meine Damen und Herren. Ja, und daher ist auf jeden Fall dann der Euro zum schwarzer Franken deutlich angezogen und hat da einen Sprung gemacht. Und vielleicht ist das ja auch eine Trendwende. Gut. Für den Euro zum Franken beziehungsweise. Für den in Franken verschuldeten Dietmar Deffner. Das muss man dazu sagen. Irgendwann meine Hypothek dann doch noch einigermaßen günstig zurückzahlen kann. Also jetzt zeige ich es nochmal. Ich habe es jetzt gefunden. Die Inflation ist auf 1,3 Prozent, hatte ich richtig in Erinnerung, im Januar gesunken. Die Ökonomen hatten einen gleichbleibenden Inflationsrate von 1,7 Prozent erwartet in der Schweiz. Und daraufhin hat der Franken, wie gesagt, einen Sprung aus Frankensicht jetzt nach unten gemacht, aus Euro-Frankensicht nach oben. Sind wir wieder Parität oder haben wir noch nicht? Nee, das ist immer noch weit entfernt. Wir sind auf 0,94, 93 gestiegen. Also auf knapp 95 Reppli. Wir sind echt noch so weit unten? Ja, wir waren jetzt bei 93. Wir waren doch in Davos. Da waren wir annähernd auf Tiefskurs. Oder sind wir noch ein bisschen tiefer gegangen? Wir sind dann auch noch tiefer gegangen. Bis auf so 93 Reppli unten oder sowas. Ja, der Euro jetzt zum Franken. Reppli. Gut. Bevor wir jetzt hier abdriften, kommen wir zu unserem großen Thema. Und die Frage ist, das haben viele immer wieder auch per Mail, schicken uns diese Frage. Und hat ja auch was Logisches, wenn denn Technologie die Welt bestimmt und wenn Technologie das ist, was die Welt gerade shaped und was unser ganzes Leben verändert und immer schneller das Leben verändert, dann wäre es doch eigentlich logisch. Wozu habe ich als Basis-Investment dann noch den MSCI-Welt, wo ich irgendwelche alten Autofirmen mitschleppen muss oder irgendwelche, keine Ahnung, Industrieputzen wie ThyssenKrupp oder irgendwas anders. Wenn ich denn doch ein Tech-ETF nehmen könnte als Basis-Investment und dann nur das habe, was sowieso das Leben verändert. Das ist so die Frage, die immer wieder herangestellt wird. Und wir wollen einfach mal diskutieren, ist der MSCI-Welt möglicherweise gar nicht das richtige Ding? Ich würde ja gerne als Basis-Investment in MSCI All-Country-World nehmen, weil wir den immer haben. Den gibt es nur leider nicht so lange zurück, deswegen ich habe es jetzt berechnet für den MSCI-World gegen den… Aber bloß nochmal gleich mal zu sagen, dass wir eigentlich MSCI ACWI mal als unser Basis-Investment haben. Gut, der Unterschied zwischen World und ACWI ist, dass da noch Schwellenländer drin sind mit ungefähr 15 Prozent, 16 Prozent. Das ist der Unterschied zwischen dem ACWI und dem World. ACWI ist in den letzten Jahren immer schlechter gelaufen wegen China. Und weil in dem Emerging-Markets-Anteil natürlich China hochgewichtet ist und Hongkong auch noch. Das ist die Frage. Und jetzt habe ich mir einfach mal angeschaut und überlegt, welche Idee liegt ihm zugrunde, wenn man jetzt vom MSCI-Welt oder MSCI ACWI, das ist ja ein agnostischer Blick, man sagt einfach, ich setze einfach so, wie die Welt ist, so investiere ich und ich gehe keine Wette ein. So, das ist ja immer die Idee, warum der MSCI ACWI der geile Index ist. Ich habe einfach alles. Und egal, wo was passiert, ob Pharma, ob da, ob da, ob da, bin ich mit dabei. Und vielleicht läuft Tech mal gut, mal läuft es schlecht und so weiter, aber ich bin auf jeden Fall mit dabei. So, das ist ja die Idee. Und wenn ich jetzt einen Tech-ETF nehme, also ich würde jetzt mal den Nasdaq 100 ETF nehmen, den ETFs gibt es natürlich nicht so lange, aber ich habe jetzt mal zurückgerechnet bis 1985. Seitdem gibt es nämlich diesen Nasdaq 100, genau seit Februar 1985, also seit 1935 schon. Und da ist die Wette zum einen klar, wenn man Nasdaq 100 nimmt, Amerika, das sind ja alles Amerikanische, also würde man sagen, Amerika is the place to be, da darf da nichts schief gehen. Und die zweite Wette ist natürlich, dass Technologie the place to be bleibt. Jetzt kann es natürlich sein, dass Technologie ist viel höher bewertet. Wenn man mal guckt, den Nasdaq 100, der hat ungefähr einen KGV von 30 und der MSCI World hat, ich habe nicht den ACWI, könnt ihr aber auch gleich nochmal gucken, der hat nur eins von 19. Also man sieht, es ist wesentlich günstiger bewertet, die normalen Werte, die Tech-Werte sind wesentlich höher bewertet. Jetzt könnte man sagen, ja, das kann ja mal wieder anders gehen. Ja, aber bringst du doch mal deine Argumente für, nicht sagen die Gegenargumente, weil du hast jetzt schon beide Argumente, da habe ich ja überhaupt nichts mehr zu sagen. Ja, aber jetzt kommt mein Argument, ich habe also jetzt zwei Sparpläne aufgelegt und habe einfach gesagt, ich investiere jeden Monat 100 Euro. Einmal in den Nasdaq 100 und einmal jetzt nicht in den ACWI, sondern in den MSCI Total Return Index, also man muss den nehmen, der auch die Dividenden mit beinhaltet. Beim Nasdaq 100 spielt das nicht so eine große Rolle, weil da gibt es nicht so viele Dividenden. Und wenn ich da also jetzt seit 1985 im Februar angefangen habe, habe ich also 468 Monate 100 Euro reingepackt. Ich habe also 46.800 Euro investiert. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Beim Nasdaq 100 Sparplan habe ich aus diesen 46.800 einen Wert von 1,289 Millionen gemacht. Und beim MSCI World mit Dividenden habe ich 283.545 gemacht. Da man sieht, es ist ungefähr fünfmal mehr, macht eine Rendite, wenn man das jetzt mal jährlich runterbringt. Man kann ja auch einfach mit Zinsen berechnen, kann man einfach sagen, ich habe so und so viele Monate, ich habe die Anfangssumme so, Endsumme so. Dann rechnet er einem aus, was die annualisierte Rendite ist. Die ist beim Nasdaq 100 13,4, Jahr für Jahr 13,4. Wenn ich am Anfang angelegt hätte und jetzt gucken würde, wäre sie 14,4. Aber ich habe ja durch den Sparplan nicht sofort alles angelegt, sondern über Etappen. Insofern muss ich sagen, das ist schon eine ziemlich geile Rendite. Und beim MSCI World, wenn ich da von Anfang angelegt hätte, hätte ich ungefähr 8, irgendwas gehabt. Jetzt habe ich ja nicht von Anfang angelegt, sondern immer nur in Etappen, habe ich 7,8 Prozent gemacht pro Jahr. Das ist okay. Jetzt kann man natürlich sagen, Schwankung ist natürlich beim einen mehr als beim anderen. Das kannst du mir ja gleich noch erzählen, klar. Jetzt habe ich auch nochmal geguckt, wenn ich jetzt in einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen wäre und gesagt hätte, okay, Oktober 2022, da war ja der Nasdaq 100 relativ weit unten. Und wenn ich da geguckt hätte, hätte ich nur 824.000 gehabt und hätte nur eine jährliche Rendite von 12,3 gehabt. Und bei 1,1 Prozentpunkte über die gesamte Strecke weniger, weil der Index gerade abgeschmiert wird. Man sieht, welche Wirkung das erzielt, wenn am Ende eine Auszahlung da was schief läuft. Aber wenn ich mir dann angucke, den MSCI World, hätte ich 6,9 Prozent gemacht, also 0,9 Prozentpunkte weniger. Also es wäre auch nicht so viel geiler gewesen, weil nämlich auch der MSCI World aus vielen Tech-Unternehmen mittlerweile besteht. Und deswegen hätte das jetzt nicht einen großen Unterschied gemacht. Jetzt habe ich mir angeguckt, jetzt kann man ja argumentieren, es sind 40 Jahre einfach Tech-Werte, haben einfach mal eine Outperformance gehabt und irgendwann muss das mal wieder aufhören, diese Tech-Werte-Geschichte. Kann man ja argumentieren. Aber ich habe mir mal einfach angeguckt, welche Tech-Werte immer oben standen in den Listen. Man kann ja sagen, da geht es bei Bloomberg, kann ich zurückgucken bis 1992. Und habe immer geguckt, was sind denn die wichtigsten Tech-Werte. Und wenn ich mir das anschaue, sehe ich, dass dieser NASDAQ 100 ETF sich immer wieder neu erfunden hat. Da gab es mal oben IBM, da gab es mal oben AOL, da gab es mal oben, also es gab wirklich, oder Cisco war mal oben. Einer, der relativ immer wieder auftaucht, war Microsoft, die waren eigentlich immer oben. Also es gab mal ein bisschen weiter unten und so weiter. Aber auch diese, es gab Unternehmen wie Worldcom, die pleite gegangen sind. Es gab Xerox, die dabei waren. Es gab ganz viele, ganz viele andere Firmen, von denen man heute gar nicht mehr, die man heute gar nicht mehr kennt. Und man sieht, also auch bei diesem Tech-ETF kann man jetzt nicht sagen, das war halt 40 Jahre geile Sache und die ist irgendwann vorbei und dann gehen die alle pleite. Sondern man hat festgestellt, das erneuert sich von alleine. Und so hat man auch im Tech-Bereich eine gewisse Diversifizierung. Und klar hat man, wenn man schaut zwischen 2000 und 2015, man hat erst 2015 wieder den Höchststand von 2000 und von 2000 wieder zurückerreicht. Und mittendrin war es bis 80% niedriger. Ja, ist ein Einbruch gewesen. Aber da kommt wieder das Ding, was ich ja vorhin schon erzählt habe mit meinem Momentum-ETF. Wenn ich dann über diese langen Jahre immer wieder günstig mir den Kram einkaufe und jetzt nicht einen Verkaufsdruck habe und nicht weiß, ich muss jetzt morgen verkaufen, dann ist es ja sogar gut, wenn ich günstig reinkomme. Und am Ende war es immer so, dass es zwar mal eine saure Gurkenzeit gab, aber immer wieder die Tech-Werte richtig explodiert sind am Ende. Und jetzt kann man natürlich sagen, Timing ist a bitch und es ist schwierig. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich habe immer, ich kann meine Auszahlung, ich muss dann immer alles sofort auszahlen. Wer natürlich sofort auszahlen muss, da kann es natürlich total schief gehen. Aber wenn ich sage, ich will das als Altersvorsorge machen, könnte man sich vorstellen, wenn man Teilauszahlung hat, dann hat man halt nicht eine gewisse Summe, die man fest rechnen kann, sondern sagt halt, ich nehme halt einen bestimmten Prozentsatz. Und wenn dann halt gerade niedriger steht, dann habe ich halt weniger zusätzliche Rente. Das ist eine Unsicherheit. Aber dafür habe ich eine wesentlich höhere Renditeerwartung und Rendite und Risiko, klar, geht ja immer miteinander. Und wenn ich mir das insgesamt anschaue, kann ich nicht anders sagen, als selbst in den schlimmsten Zeiten ist dieser Sparplan, der 1985 gestartet worden ist, nie unter meinen Einstiegskurse kommt. Klar, weil 80er, 90er Jahre gute Jahre waren. Wie war nochmal die Monatsrate? 100, ich habe 100 Euro genommen. Und deshalb muss ich gestehen, ich werde jetzt meine Sparpläne nicht umschichten und werde trotzdem meinen MSCI, nee, ich habe ja einen Fuzzi Orbert, habe ich ja, das behalte ich auch und so weiter. Aber ich könnte jeden verstehen, und das ist vielleicht mein Plädoyer, der jetzt sagt, ich weiß, welche Wetten ich eingehe, ich weiß, was die Rede, dass ich auf Amerika setze und Technologie, und dass es natürlich Wetten sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so absoluter Blödsinn und so weiter. Was ich, wo ich vorwarnen würde, wäre natürlich, dass man nicht irgendwie kleine Tech-Buden nimmt. Also man muss wirklich dann einen MSCI, also einen Nasdaq 100 nehmen. Also es gibt ja auch noch andere S&P Technologies, der ist hoch konzentriert, da sind irgendwie, da machen nur drei Unternehmen 50 Prozent aus. Das würde ich nicht machen. Ich finde der Nasdaq 100, da sind ja auch noch andere Werte drin, sogar Sachen drin. Aber das ist wirklich für mich der Index, der so diversifiziert ist, dass ich das auch als Basis-Investment mir durchaus vorstellen kann, mit natürlich Risiken, mit einer... Ja, jetzt lass mich halt ein wenigstens noch die Risiken sagen, weil sonst habe ich ja gar nichts mehr zu sagen. Das ist ja ein Monolog. Aber es hat ja viel Richtiges, also da kann man ja auch gar nicht so viel dagegen sagen, weil erstmal bin ich ja hier von einfach angetreten und habe die Tech-Werte hochgehalten, als der Kollege Chapitz immer wieder alles Mögliche unterjubeln wollte. Du hast Schrott-Tech gemacht. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Jumias und die E-Hangs und so weiter. Das hat nichts mit dem Tech zu tun, was ich hier vertrete. Nein, aber wir haben ja auch schon über Technologie gegen Value und so weiter gestritten, jahrelang und auch in schlechten Phasen, ob man jetzt überhaupt, wie es an Aktienmärkten weitergeht und der Untergang Amerikas, der wurde auch schon oft hier vorhergesagt. Aber das nur so nebenbei und wir sind jetzt im Nasdaq kurz vor Rekordhoch und das ist jetzt natürlich dann eigentlich sozusagen wieder auf jeden Fall ein ungünstiger Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, hier einen Sparplan aufzulegen. Man sollte natürlich grundsätzlich gierig sein, wenn andere ängstlich sind und andersherum und ängstlich sein, wenn andere gierig sind und deswegen jetzt die Gier, dass alle sagen, oh, jetzt muss unbedingt Nasdaq 100 Sparplan auflegen, weil jetzt gerade Nasdaq auf Rekordhoch ist, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der günstigste Zeitpunkt. Auch natürlich auch mit Einzelinvestments und das zeigt natürlich, und wir sehen, wie gesagt, ein hohes KGV von knapp 33 sogar oder 32 im Nasdaq 100 und wir sehen grundsätzlich eine sehr gierige Marktstimmung. Der Fear and Greed Index ist auch wieder im Bereich der großen Gier, glaube ich. Extreme Gier, genau, 78. Genau, 78. Und also von daher sind wir momentan in einer doch eher Überhitzungsphase und da muss man immer wieder ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir jetzt hier diese Inflationsdaten kriegen, werden wir sicherlich dann heute auch wieder eine gewisse Abkühlung sehen, gerade bei Tech-Werten. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin ich ja auch ein großer Fan von Technologie, sowohl von Big Tech wie von Small Tech. Ich habe ja immer gesagt, ich habe in meinem persönlichen Depot, da habe ich ja ein bisschen meinen Techno-Short drin, also die nicht profitablen, weil ich sage, ich habe ja in meinen Basis-Investments und in einem ACV oder einem Fruzzi All World sind ja sowieso die großen Positionen, sind ja sowieso die Big Tech-Werte und da bin ich ja da eh schon mit einem großen Klumpen Risiko mit drin in diesen Werten des Nasdaq 100. Das sind ja da sowieso die größten Positionen und Amerika ist eben auch die größte Position, also im MSCI-Welt mit 70 Prozent, im ACVI nicht ganz so stark, mit irgendwie um die 60. Und das sind, wie gesagt, ist man da schon mit dabei. Und deswegen muss man einfach nochmal grundsätzlich, bevor jetzt alle sagen, ja klar, was für eine Frage zurückrechnet, ja, ist es ganz wunderbar. Aber es ist leider, wiederholt sich halt die Geschichte nicht immer so, wie sie zurückliegend stattfand und es können sich auch Trends dann drehen und natürlich ist Technologie der Trend und das hast du ja auch schon gesagt, dass sich hier, das ist ja das Gute an einem Index, der sich selber immer wieder erneuert und das haben wir auch immer wieder grundsätzlich erklärt bei den ETFs, wenn man Index-Investmenten macht, dass man sich da eben nicht sorgen muss, dass man da irgendwie halt dann irgendwann nur noch Kröten im Depot hat, sondern dass sich da natürlich die Selbsterneuerung dynamisch vollzieht und das gilt eben für einen MSCI-Welt, ACVI, wie für einen Nastic 100. Da ist überall, werden die Absteiger aussortiert und die Aufsteiger steigen immer auf und werden stärker gewichtet. Die Systematik ist die gleiche und ist natürlich klar, der Hebel und die Rendite ist stärker bei Tech, keine Frage. Trotzdem finde ich halt grundsätzlich, muss man eben wieder sagen, Diversifikation ist halt das Mittel, um Risiken abzusichern am Aktienmarkt und wir haben jetzt hier halt im Prinzip drei Risiken, drei Klumpenrisiken oder drei Ballungsrisiken. Zum einen haben wir eben dieses Länderrisiko, das wir voll auf die USA setzen mit dem Nastic 100. Es gibt ein paar Werte, die da nicht in den USA ansässig sind, die da mit drin sind. Sogar Pinduoduo habe ich gesehen, überraschenderweise aus China sind ja auch mit drin. Du hast dann auch ASML mit drin. Du hast immer wieder mal ein bisschen was anderes, aber im Großen und Ganzen sind es schon natürlich amerikanische Werte, die drin sind. Also hast du ein Länderrisiko Amerika und da sehe ich momentan, ja wie gesagt, es gibt da einen großen Elefanten im Raum, das ist Mr. Trump und eigentlich steht er natürlich für eine wirtschaftsfreundliche Politik und die Republikaner, wenn wir gerade wieder seine Äußerungen sehen, er wirft ja komplett, er ist einfach komplett unberechenbar. Und das ist das größte Risiko bei Trump. Das sehen wir ja an seinen Äußerungen zu NATO. Also mit einfach mal so eben einem Zitat im Prinzip untergräbt er das Vertrauen in die Verteidigungsbereitschaft der NATO. Und zählt, macht das Bündnis damit schon kaputt, weil jetzt die Abschreckungswirkung auf jeden Fall dahin ist und lädt den Russen ein anzugreifen. Und das Gleiche hat er in seiner ersten Amtszeit auch schon mit dem globalen Handel gemacht. Die Republikaner waren früher immer eine Partei, die auf freien Welthandel und freien Handel gesetzt haben. Das hat Trump kassiert mit erst dem Handelskrieg gegen China und dann mit einem Teil Handelskrieg gegen Europa. Und das war ja nur der Anfang. Also man kann davon ausgehen, dass Trump in der zweiten Amtszeit in allen Bereichen viel extremer wird und eben nicht mehr so viele Leute hat, die ihn noch zur Vernunft bringen, dass er seine Leute viel gleichgeschaltet hat, dass er eben in Richtung so einen kleinen Diktator unterwegs ist. Und dass er viele Korrektive außer Kraft setzt. Und deswegen ist es einfach, das große Risiko ist, was wird er anstellen. Und es geht ihm um sein Ego, um seine Ziele und nicht so sehr nur um die Wirtschaft. Und er hat ja auch immer wieder schon mal die Big Tech angezählt teilweise, wenn sie dann nicht nach seiner Pfeife tanzen. Also da gibt es, finde ich, auch für Big Tech große Risiken in Amerika unter einer Präsidentschaft Trump. Er hat schon gegen E-Autos wettert. Er fleißig im Wahlkampf, das ist ja auch alles nur Vogue. Da verstehe ich Elon Musk auch nicht, der immer wieder noch glühend die Rechten promotet. Und der Schuss könnte nach hinten losgehen, auch für Tesla. Und er hat immer wieder auch schon gegen Biotech und Pharma gewettert, die hohen Preise. Also da kann auch viel passieren. Das sind alles so Risikofaktoren für Mitglieder des Nasdaq 100. Allein durch eine Regentschaft Trump. Und ich meine, zu allen Zeiten, allen Jahrhunderten gab es immer wieder mal Weltmächte, die führend waren. Und die immer wieder auch von anderen abgelöst wurden in der Antike. Und vorher die Ägypter, die Babylonier, wie viele Weltreiche sind untergegangen. Und warum soll Amerika... The Roman Empire, ich höre es schon. Naja, Rom und die Griechen und die Römer. Die haben viele Jahrhunderte gehabt. Ja, sie haben viele Jahrhunderte gehabt. Und vielleicht haben wir noch ein paar amerikanische Jahrhunderte. Ja, kann sein. Aber kann auch irgendwann mal... Vorbeise. Kannst du es auch verspielen mit. Und wenn Trump zu sehr Handelskriege führt, kann er auch irgendwie andere Allianzen schaffen. Vielleicht nähert sich dann eben... Vielleicht wird Europa stärker. Und wenn er die transatlantischen Banden im Militärischen kappt, Ja, warum soll es dann transatlantische wirtschaftliche Banden noch geben? Und dann müssen die Europäer mehr auf sich selbst stellen, suchen sich, nähern sich vielleicht wieder auch mehr in Asien an und so weiter und so fort. Und wenn er sich mit allen anlegt, mit China und Europa, wird es auch irgendwann mal schwierig für Amerika alleine. Weil das ist einfach grundsätzlich schwierig, alleine zu bestehen. Und Welthandel ist halt eine Win-Win-Situation, wenn du dich da rausnimmst. Und dann, warum sollen wir nicht in Europa dann auch mal die amerikanischen Tech-Giganten dann schärfer unter die Kandare nehmen, wie das ja auch zuletzt immer wieder geschehen ist schon. Aber man muss sich da ja dann nicht alles bieten lassen. Wenn er einen Handelskrieg gegen unsere Automobilindustrie führen will, dann müssen wir halt dann mal die Konzerne anpacken, die auch dann Trump wehtun letztendlich. Also das sind einfach jetzt nur theoretische Risiken, nichts, was ich irgendwie wollen würde oder mir wünschen würde, sondern ich bin absolut für freien Welthandel und je freier der Welthandel umso besser und dann gewinnen alle und vor allem wir als Exportnation in Deutschland. Aber wie gesagt, Trump ist wirklich ein absolut schwarzer Schwan mit unberechenbarem Risiko. Deswegen finde ich es problematisch, wenn man jetzt komplett auf Amerika setzt, sein Investment. Zweitens, wie gesagt, dann setzt man nicht nur auf ein Land, sondern man setzt eben auf eine Branche, auf eine hochbewertete Branche, wo halt immer vorausgesetzt wird, dass diese Branche immer weiter mit hohen Wachstumsraten wächst und mit natürlich hohen Gewinnwachstumsraten und wir sehen auch viel Disruption in dieser Branche und natürlich auch die Gefahr, dass sich diese Branche auch vielleicht zu größeren Teilen noch selber disruptiert. Wir haben ja schon viele KI-Fantasien hier auch vom Kollegen Chapitz gehört. Also das ist ja auch ein Risiko. Bist du ja aufgegangen? Bist du also in die Wetten? Ja, der Hype ist aufgegangen. Ja, aber jetzt über 700. Ja, absolut. Ja gut, wird wahrscheinlich jetzt mal fallen müssen. Ja, genau. Also wir haben jetzt erst einmal den Hype, der da ist und der lebt weiter und dann ist die Frage, ob damit irgendwann mal Geld verdient wird und die Frage ist, wie viel dann am Ende disruptiert wird insgesamt und wie viel unterm Strich dann übrig bleibt. Wie gesagt, da ist ja die Gefahr auch groß, dass auch große Big-Tech-Werte da möglicherweise disruptiert werden oder ja, also wir haben ja schon über die Gefahren für Google und so weiter und so fort gesprochen. Ich will jetzt nur einfach mal die Gegenrede halten und bin hier so ein bisschen des Teufels Anwalt, um einfach die andere Seite aufzuzeichnen, ohne dass ich sage, ich bin jetzt hier plötzlich ins Lager der Tech-Bären gewandert. Diesen Eindruck möchte ich hier nicht erwecken, sondern natürlich bin ich weiter bullisch für Technologie. Aber ich finde, man sollte einfach die Risiken kennen und gerade wenn man so eine Entscheidung sagt, ich will jetzt, mache jetzt Basis-Investment einseitig nur auf ein Nastic 100, sollte man sich damit schon beschäftigen. So und wie gesagt, ich habe da nur hochbewertete Technologie und gehe davon aus, dass das alles so weiterlauft und wie gesagt, Länderrisiko, aber eben auch Disruptionsrisiko durch die Technologiekonkurrenz. Und wer sagt, dass die amerikanische Technologiefirmen immer weiter ungeschriebenes Gesetz die führende Technologiefirmen bleiben. Wir sehen natürlich, wir sehen auch ein Novo Nordisk in Dänemark, die da im Bereich Pharma angreift und Biotechnologie. Das kann ja, und es gibt taiwanesische Chipfirmen und so weiter und so fort. Das kann ja immer noch weiter passieren, dass es auch immer wieder disruptive Angreifer aus anderen Kontinenten gibt, die erfolgreich sind. Natürlich hat Amerika den großen Vorteil, einen großen Heimatmarkt zu haben. Sind die Big Techs bisher so kapitalkräftig, dass sie irgendwie alles aufkaufen können und so weiter und so fort und Forschung betreiben können. Alles klar. Aber wie gesagt, ich will nur auf dieses Risiko auch nochmal hinweisen. Und dann letztendlich ist es ein Large Cap Risiko, dass ich eben auch nur große Konzerne drin habe und sozusagen diese Performance des Aufstiegs so nicht mitmache. Die kleinsten Werte sind natürlich auch nicht so ganz groß mehr, aber immerhin so 20 Milliarden ungefähr nach Kapitalisierung. Beim Nasdaq 119 Milliarden hier Sirius XM Holdings. Das ist ja die kleinste. Und Walgreens Boots Alliance. So und also wie gesagt, alles was darunter ist, da diesen Weg gehe ich nicht mit. Diesen Weg bis von der 1 Milliarde, die Verzwanzigfachung, die erste Verzwanzigfachung, die entgeht mir. Da bin ich halt eher mit dabei, wenn ich zum Beispiel ein MSCI ACBI IMI nehme, wo auch wirklich kleinere Werte mit abgebildet sind. Wir haben ja schon darüber geredet, ob möglicherweise 2024 das Comeback der Small Caps sein könnte. Also wenn es so ein Small Cap Comeback gibt, dann bin ich da nicht mit dabei. In dem Ausmaß wie vielleicht mit einem anderen breit angelegten, breit anliegenden, diversifizierten ETF als Basisanleger. Und deswegen mein Appell wäre einfach, dass man weiter sagt, das Basis Investment. Und da brauche ich jetzt auch nicht mehr Gedanken machen, sondern mein Basis Investment, das bleibt eben der breit anlegende ETF. Ein MSCI ACBI, ein MSCI ACBI IMI oder ein FTSE All World, den habe ich auch, wie der Olga. Und der entspricht ja ungefähr dem ACBI in der Aufstellung. Da sind ein bisschen Schwellenländer mit drin, aber auch nicht so viele. Und ich finde, da muss man auch mit dabei sein und nur auf Amerika zu setzen. Warren Buffett sagt zwar, never bad against America, aber deswegen muss man auch nicht voll nur auf Amerika wenden. Der S&P 500, der gute Warren, hat ja gesagt. Sein Erbe sollte das, was so verärbt wird. Aber er ist ja auch Amerikaner, ist in Amerika, als Ausländer hatten wir noch dazu das Währungsrisiko auch noch. Und natürlich sind das alles globale Unternehmen, die global ihre Wirtschaft machen und so weiter. Aber wie gesagt, die Risiken, die ich gerade so genannt habe, die sind nur natürlich ein Teil der Risiken. Aber wie gesagt, deswegen sagt man, je breiter man diversifiziert ist, desto besser ist es. Und das sollte für Basisinvestments vor allem gelten. Und weil jeder hat ja noch seine Satelliteninvestments dazu und hat ja da noch genug Risiko, dass er dann so hat. Und das erinnert mich so ein bisschen an vor zwei, drei Jahren, als alle gesagt haben, der Global Clean Energy. Oh, jetzt überhaupt natürlich, wir haben die Energiewende. Und das war alles so logisch und so klar, dass wir 20, 30 Jahre lang hier erneuerbare Energien ausbauen müssen. Und dass diese Hersteller dann unheimlich viel Geld verdienen müssen und auf jeden Fall Geschäft ohne Ende haben. Und dann müsste man doch einfach so so ein Klamot verdienen, ich kenne viel, die dann eben einen Sparplan nur auf dem Global Clean Energy. Ja, dann kriegen sie doch billiger. Die Frage ist doch nur, wird das Ding in den Rebound machen? Und wenn du das Ding in den Rebound hier machst, der richtig kräftig ist und du hast vorher alles billig eingesagt, das sage ich dir Glückwunsch. Naja, du hast ja vorher erstmal, also du bist ja gerade mit einem Profil, gerade mit einem Profil. Nein, aber du bist ja erstmal eingestiegen, als es oben war, ja. Du steigst ja, ein Sparplan, wir haben jetzt keine Einmalinvestments, wir reden hier über Sparplan. Deswegen, zu sagen jetzt, jetzt beim MSC, beim Nasdaq 100 einen Sparplan zu eröffnen, würde ich ja sagen, Glückwunsch. Und ich gehe rein, fange an und wenn das Ding runter geht, was ich auch denke, was passieren wird, weil es völlig überhitzt ist, völliger Schwachsinn, was da gerade, also ich finde die, also Nvidia oder so, das ist völlig übertriebener Kram. Da muss es eine Korrektur geben. Und wenn man auch die Optionen sich anguckt, die gerade geschrieben werden von Leuten, wo ich sage, hä? Würde ich so fallen. Aber das ist doch das Schöne, dann greifst du doch billiger ein. Und auch dein iShares, Klobulin Energy, alle Leute, die in den letzten Jahren, das Einzelproblem ist dann, wenn das Ding nie wieder hochkommt. Also wenn du dann nur Werte drin hast, die wirklich Schrott sind. Und da wäre ja meine Argumentation beim Nasdaq 100, dass sie sich so erneuert, dass dann immer wieder irgendwie Technologie drin ist, die am Ende irgendwann wieder nach oben zieht und den ganzen Kram macht. Und wenn ich mir das halt anschaue über die, es gab eine saure Gurkenzahl, keine Frage, aber die war 15 Jahre und da habe ich halt günstig mehr eingesabelt. Und das ist halt für den Sparbein. Das geht ja auch um Sparbein, es geht nicht um Einmalinvestment. Ich würde jetzt auch nie und nimmer Einmalinvestment in den nächsten Jahren 100 machen. Wenn du im Jahr 2000 quasi oder im 99 oder 97 begonnen hast, du hast natürlich erstmal mit dem Sparplan, wenn du 85 beginnst, erstmal jahrelang günstig. Wenn du 2000 gemacht hast, ist das auch gut. Dann ist es sogar noch besser. Dann hast du ein paar Raten ganz teuer und dann bist du bei der fünften Rate schon, beim fünften Monat geht es nämlich schon runter und dann hast du nur noch günstig eingekauft. Also das einzige Problem wäre, wenn dieser Index, wenn Amerika, so wie du sagst, das römische Empire untergeht und dieser Index nie wieder diese alten. Selbst so ein Japan-Investment, also selbst der Nikkei, der ja 1989 seinen Hoch hatte, der ist ja jetzt auch wieder fast, der ist ja nicht mehr so viel. Das ist natürlich ein Problem, wenn du ein Land hast, was so lange da niederliegt, aber selbst das da niederliegen, wenn ich immer meinen Sparplan gemacht habe, bin ich jetzt schon im Plus. Den Anleger möchte ich sehen, der seit der 1989 im größten Hype in Japan, damals waren nämlich auch alle, Japan, alles auf Japan, das ist ein guter Vergleich. Damals haben ja alle gesagt, Japan, das wird überhaupt die Welt machen, die wird eben alles ablösen und alles hin gepilgert, haben die Produktionsmethoden kennengelernt und der Königsbelast in Tokio war so hoch bewertet. Also dieses Gelände, ganz Kalifornien und alles extreme Anzeichen von Hype und entsprechend der Nikkei bei 40.000 und dann hat er jetzt eben 40 Jahre gebraucht, um da hinzukommen. Und den Anleger möchte ich sehen, der damals gesagt hat, bei 1989 eingestiegen ist mit einem ETF und der jetzt 40 Jahre lang da reingespart hat in ein Land. Das ist das einzige Risiko, da würde ich sagen, da hast du recht. Die aufgehende Sonne wird wieder kommen, ja. Aber selbst jetzt bist du ein Plus mit dem Sparplan. Ja, ja, aber klar. Selbst ein Nikkei-Sparplan, das Dümmste wäre gewesen, wenn du gemacht hättest. Das Problem bei solchen, deswegen würde ich halt davor warnen, es geht ja auch darum, dass man es durchhält. Und deswegen gibt es ja auch immer so Sachen, wo ich sage, ich will mal 100% Gewinn mitnehmen, den Rest laufen lassen, weil das ist psychologisch einfacher. Und ich glaube, die wenigsten, ich höre immer wieder den, ach, mein MSCI Global Energy, der ist jetzt im Minus, das macht überhaupt keinen Spaß und bla 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 und dann kaufen wir lieber was anderes. Und das sind doch die wenigsten, ganz realistisch. Natürlich, wenn man sagt, okay, 40 Jahre hältst du es durch, dann irgendwann siehst du wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber wer hat diese Ausdauer und irgendwann kommt wieder so ein Crash und dann zieht man die Reißleine und dann sagt man, jetzt bloß raus mit dem Ding und mit Verlust verkaufen und Tech-Blase ist geplatzt und 2003 und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie viele damals ihre Tech-Investments aufgelöst haben, wie gesagt, als es eine Amazon für 5 Dollar gab und alle gesagt haben, oh Gott, das ist ja alles vorbei und eine Riesenblase und wir sind alle in irgendwelchen Internetträumen aufgesessen und so weiter und so fort. Und die Zeiten kommen und da muss man sich wirklich, da muss man wirklich das so gut einsperren, dass man da 40 Jahre am besten nicht rankommt oder die Schlaftabletten dazu kaufen zum Sparplan von Costolani. Weil das ist eben in der Theorie immer alles schön, aber die Psychologie zeigt doch immer wieder, dass Anleger dann einfach kalte Füße kriegen. Und je spezieller, risikoreicher, absturzgefährdeter und wie gesagt so ein Drawdown von 80, 90 Prozent und ja. Der größte Drawdown war 2000 und sind 83 Prozent gewesen 2002, im Juli 2002. Aber jetzt könnte ich hier meinen Sparplan mal zu Juli 2002 angucken, da war er auch im Tief, da hatte er 63.000, mein Sparplan. Und eingezahlt hatte ich 21.000 und der MSCI Welt war zum gleichen Zeitpunkt 36.000. Klar, jetzt habe ich jetzt 85 angefangen, wenn ich jetzt irgendwann anders angefangen hätte, würde das natürlich ein bisschen anders aussehen. Aber das Schlimmste, das einzig Schlimme, was jetzt passieren könnte, wäre, ich habe wie in Japan angefangen zwischen 1940 und 1990, 50 Jahre gespart und dann geht das Ding runter und ist 40 Jahre Minus und ich muss entsparen. Das wäre der absolute Abfuck und da gebe ich dir recht, wenn das passieren würde, das muss man sich überlegen, kann ich mir so ein Szenario für den Nasdaq 100 vorstellen? Wenn man dieses Szenario hat, ist das nichts. Und das zweite Szenario, du hast es angesprochen, kann ich mit Minuszeichen umgehen oder macht das mir jeden Tag solche Schmerzen, dass mein Leben beeinträchtigt ist und ich einfach nicht so gut lebe damit. Und wer jetzt keine 80% Drawdown erleben kann, der wäre dafür nicht gemacht, aber wo man jetzt gucken muss, ich mache mal jetzt einmal den maximal Drawdown vom MSCI Welt, was der hatte, wahrscheinlich wird es dann nicht 40%, also hier bei MSCI so den Total Return, auch seit 1985. Da war der maximal Drawdown minus, das war auch 2009, da war die Finanzkrise, da war der maximale Drawdown 58%, also nicht 80%, also man sieht ja, ist noch ein bisschen weniger, also der schwankt auch weniger, gebe ich dir auch recht, das muss man sich vorher wissen. Also wenn ich nicht 80% Minus ertragen kann, dann kann ich das komplett vergessen, man muss halt vorher sich überlegen, was man eingeht. Und wenn ich das Szenario habe, wie du sagst, Amerika geht unter Japan und ich habe 40 Jahre, bis es dann wiederkommt und man weiß ja nie, wenn man es dann irgendwann braucht, ob dann genau diese Phase kommt. Aber dem kann man ja entgehen, indem man einfach schon, wenn ich weiß, ich will irgendwann in fünf Jahren an das Ding ran, kann man dann ja versuchen, schon Teile dieser Basis-Investments umzuschichten in etwas diversifiziertere Geschichten. Also das kann man auch machen, aber ich gebe zu, wer es billig haben will, wer es einfach haben will, der ist mit dem, ich würde auch immer meinen, ich will auch nicht, will niemand mehr sein MSCI-Organivolt ausquatschen. Und wenn sie quasi absteigen sollten, dann wird das automatisch zusammenschrumpfen und man ist trotzdem, man ist jetzt noch in den USA dabei, natürlich geht man da ein Stück des Weges mit abwärts, aber eben nicht die Vollwegstrecke. Und andere steigen auf, werden stärker gewichtet und das ist eben der Automatismus, mit dem man eben dann in die ganze Welt investiert und sich da weniger Gedanken machen muss immer, ob man jetzt noch richtig positioniert ist. Aber ich sehe keine Nation, die so aufsteigt. Also da muss man ja sich fragen, welche Nation könnte aufsteigen und könnte solche Renditen erwirtschaften wie Amerika. Und ich sehe Schwellenländer ganz viel, natürlich sehe ich Indonesien toll, dann sehe ich aber die Struktur vom indonesischen Markt, sagen wir so, glaube ich, dass da irgendwie mit Banken und mit irgendwas und glaube ich, dass in Schwellenländern ist es meistens so, dass das Geld nicht die Anleger machen, sondern das Geld machen irgendwie die Leute, die da wohnen, was ja auch schön ist. Ich kann keine Nation erkennen, die Amerika die Butter vom Brot hinpflegt. Es ist einfach meine geschichtliche Kurzsichtigkeit und ich bin zu doof, vielleicht. Aber man müsste ja dann sagen, welche Nation könnte das machen. Erstmal muss es ja nicht eine Nation sein und zweitens wird natürlich China früher oder später doch zur führenden Volkswirtschaft aufsteigen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Nein, da glaube ich nie dran. Da bin ich fest dran. Einfach aufgrund der schieren Masse. Ich meine, gegen 1,000 oder Indien wird es mit 1,4 Milliarden Menschen. Die vielleicht mal irgendwann. Das glaube ich. Kann ich nicht auf Dauer als halb so großes Land dann dagegen, glaube ich, wenn die aufholen, technologisch dagegen dann bestehen. Schon allein aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen. Das ist, glaube ich, das ist ein Punkt. Aber wie gesagt, die Diskussion muss ich mir jetzt nicht mehr aufführen. Aber es ist, und das heißt ja nicht, dass Amerika als einer sein muss. Es kann ja auch verschieden, es kann Europa viel stärker werden, weil es sich endlich mal wieder unter dem Druck der Amerikaner und eines Handelskrieges dann enger zusammenrückt und wirtschaftlich erfolgreicher wird und endlich mal Dinge voranbringt. Und es kann einfach mehr Pole geben und China, Asien, Indien wird ein Pol sein und Europa. Und es ist keine gottgegebene Natur, dass Amerika immer die führende Wirtschaft ist. War sie auch früher nicht immer. Aber wenn ich mir angucke, seit 1985. Das war die Großbritannien größer als in den Vereinigten Staaten. Ja, aber seit 1985 hat der Nesek 100, da gab es ja auch einen eiserne Vorhang, viel und weiß ich nicht, was alles passierte. Und trotzdem ist seither, in den 40 Jahren ist es passiert. Vielleicht muss ich jetzt nochmal ein paar Jahrhunderte zurückgucken. Das Problem ist, dass es nicht so lange Zeit zurückgeht. Und es waren jetzt halt natürlich gerade die 40 Jahre der IT-Erfindung. Und natürlich war da Amerika vorne mit dabei. Und wer weiß, wie gesagt, graue Schwäne, schwarze Schwäne sind einfach die unvorhergesehenen Dinge an der Börse, die das Börsengeschehen bestimmen. Nicht, dass sie heute vorhersehen können. Und auch diese Risiken sollte man gerade mit einem Basis-Investment abbilden können und gegen die sollte man gewappnet sein. Deswegen, ich habe bloß mir versucht, ein paar Dinge vorzustellen. Nicht, dass, wie gesagt, das unbedingt mein Hauptszenario ist. Aber was passieren kann, gerade unter Trump, ist alles im Bereich des Möglichen. Und wie gesagt, gerade bei Trump ist kein schwarzer Schwan unwahrscheinlich. Da wird Amerika aber eher noch besser sein als alle anderen. Wenn jemand vom Chaos profitiert, nach am ehesten oder am wenigsten unter Mitleidenschaft gerät, dann ist es die amerikanischen Konzerne. Ja, aber vielleicht die binnenkonjunkturorientierten Dinger, aber die Tech-Konzerne, die auf multiglobale Geschäfte angewiesen sind. Aber der amerikanische Binnenmarkt ist so groß, da wird sich der Index so verändern. Und Amazon nur noch auf dem amerikanischen und Apple nur noch auf dem amerikanischen Markt unterwegs ist und nicht mehr in China Handys herstellen kann und, und, und. Dann wird es auch, wenn Apple seine iPhones erstmal in Amerika bauen muss, dann sind die auch für den Amerikaner unerschwinglich. Ich glaube, so kleine Punkte einfach, was einfach Risiken sein können. Du hast natürlich recht, das eine ist wesentlich risikoloser und ich wollte ja auch nicht jetzt Leuten da rausschwatzen. Ich wollte nur sagen, und das ist vielleicht noch das Schlussblädoyer, wer sich der Risiken bewusst ist, wer meint, diese Risiken tragen zu können, der kann das meines Erachtens. Es ist jetzt keine völlig blödsinnige Idee und das war ja das, wofür ich hier gestritten habe. Und alle anderen, die halt nicht diese Überraschung erleben wollen, die bleiben einfach beim MSCI All Country World oder FTSE All World oder meinetwegen auch MSCI World. Man muss auch nicht die Schwellenländer dazuhaben, weil die Unternehmen ja auch in Schwellenländern mit tätig sind, die im MSCI World sind. Und der erste G100 steckt ja zu 100 Prozent da mit drin. Also das ist jetzt nicht so entweder oder, sondern das sind die Unternehmen, die sind ja alle mit drin, sind halt bloß ein paar andere noch mit dazu. Technologie hat man ungefähr zu 40 Prozent gerade im MSCI Welt. Genau, also ist man da auch dabei. Eigentlich ist man da schon sehr übergewichtet. Gegen die klassischen Portfolio-Theorie ist es eher so, dass man da eh schon Clubenrisiken hat. So, also, wir sind uns eigentlich einig. Wir sind eigentlich einig und aber wollten auch diese wichtige Frage jetzt mal von zwei Seiten beleuchten und ohne zu streiten und die Welt umrundet auf jeden Fall. Haben wir. War wieder schön, wir sind wieder zurück. Schön hier im Räumlichen in unserer kleinen Sauna und langsam nach eineinhalb Stunden geht die Luft aus. Sagst du jetzt mal Tschüss und Tschau. Wir bleiben Bulle und Bär. Äffner und Zschäpitz. Musik 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 Musik